Fun Facts About, nicht für Harry Styles Okay, ich bin bereit. Ja, unsere Freundschaft existiert schon echt ziemlich lang. Wir haben uns kennengelernt, als ich 13 war. Sie ist zusammengekommen mit einem Kumpel von mir, in dem ich ziemlich verschossen war. Und ich wollte sie hassen. Ich war fest entschlossen, sie zu hassen. Ja, der Kumpel kam dann irgendwie her und dann hat er uns irgendwann getroffen. Und ich war so, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Und sie kam mir entgegen und ich dachte so, oh mein Gott, ich liebe sie. Und ja, die Freundschaft ist geblieben, der Typ nicht.